Hallo, hier ist Gillette Aichi und so, ich bin heute voll im Kockentur, weil es geht nämlich um eine Sache und zwar geht es um 1. Mai und 1. Mai, ich habe ein großes Glück gehabt, ich bin nämlich zu Gast bei Nino und Peter in Rebellen TV Show, diese Online Stream Radio und so, ihr müsst unbedingt einschalten, weil der Abbasabiri, der wird auch da sein und wir werden quatschen und wir werden Musik hören und so und ihr könnt über Chat und über Twitter, ihr könnt mir Fragen fragen und wir können reden auch und so und deshalb, ihr müsst unbedingt dabei sein, 1. Mai von 23 Uhr, nein, nein, das war von umgekehrt, von 21 Uhr bis 23 Uhr Rebellen TV und so, einschalten, dabei sein, weil es wird richtig bumme, wir werden so keine Sendung machen, man, live aus Kreuzberg, 1. Mai, weißt du, was das bedeutet überhaupt? Weißt du, du weißt nicht, deshalb, du musst unbedingt einschalten, ich freue mich auf euch, auf jeden Fall, 21 Uhr bis 23 Uhr Rebellen TV und so, ihr seid dabei, lasst mich nicht hängen, hatte bis dann, tschüss.